Liebe Angela, es ist wieder Marthol aus Plummern in Niederbayern. Bis zu deiner Pension ist ja gar nicht mehr lang hin. Aus der polischen Staatskanzlei hört man, dass der zukünftige Kanzler Söder dir seinen neuen Hund Molle schenken will, weil er sich ja dann ein herrschaftliches Wappen dir zulegen muss. Und dann vermutet der Nawalny, der ja jetzt das Video über das Brachschloss von Putin veröffentlicht hat, dass du da ein Dauergastrecht in den Gäste tragst, neben deinem Vorgänger zu Schröder bekommst. Und das alles, weil er so einen heiden Respekt vor dir hat. Und wegen der langen parallelen Regentschaft. Dort kannst du dann auch Weinbau lernen und dir die Schocke spielen. Und dann hast du ja noch den Söder-Molli, das passt ja zu dem schwarzen Putin-Hund, der damals um dich herumgeschwanzelt ist. Und du musst ihn immer mit den Macho-Politikern herumschlagen. Brauchst ja nicht, wie die anderen Rentner auf Fensterbanker liegen, um Verkehrssünder aufzuschreiben. Und musst ja auch nicht mehr mit den Pöppel-Demonstranten auseinandersetzen. Sie haben mehr zu sagen, als wie Sie. Sie bringt ja die ganzen Ausländer hier. Liebe Angela, da warten du rosige Zeiten auf dich. Servus.